so ich begrüße hier zum halben million aufrufe special und ja ihr habt ihr gevotet und habt euch ja hier für happy wheels entschieden und ich hoffe ich habe das jetzt alles so richtig eingestellt wir spielen heute eine runde happy wheels so ich habe keine ahnung wie das hier funktioniert ich habe immer alles eingestellt keyboard options kann ich nicht anklicken ach so hier okay your settings up arrow down arrow spacebar ist wichtig shift ist wichtig control ist wichtig und z und z z warum denn z z ist da oben ich habe das mal auf y würde ich mal sagen ich glaube das spielt mir überhaupt nicht mit der maus deshalb ich mache jetzt immer auf pros level ich glaube dass es so geht so und dann machen wir mal hier auf rating ähh this week so pogo bro oh je okay versuchen wir mal unser glück just enjoy ich versuch ich habe keine ahnung wie das funktioniert okay so kann ich so so kann ich so okay spacebar okay 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 so ich freue mich so töstet ist mir dann immer noch nicht mächtig alles klar so Tab R Ah! Haha! Okay, was macht Shift? Steuerung? Ah! Okay, okay. Aha, aha, aha. Ha, aaah! Zack! Oh! Okay, nochmal. Ah, ne, so. Zack! Oh ja, oh ja! Easy! Das Spiel ist zu einfach. Das Spiel ist einfach zu einfach. Puh! Windows 10, okay. Okay. Puh! Okay, hier kann ich noch nichts machen. L-L-L-L-L Okay, ist aber langweilig Auto-Bottle-Flip Zwei What? 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 Huh? Huh? Yeah, geschafft Ball-Throw-Bingo Okay Ach du Heilige, wie geht denn dat jetzt? Festhalten und loslassen Oh, 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 oh What the fuck? Hallo? Kommt das doch irgendwann an? Zwei Ha Oh, oh Vier Wie kann ich das denn weit werfen? Eins Jetzt muss ich Dollar treffen Dollar ist da Nein, nein, ah, nee, nee, ja Komm her Ja, ja, ja Geh Okay, jetzt noch die fünf Die fünf Ja, ja, ja Oh, oh, oh Ja, 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 ja Ja, 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 nein Okay, die null Wo sind die null? Ganz hinten Okay, easy Easy, easy, easy Hallo N Wo ist N? Nee, können wir nicht gebrauchen Oh, wir sind glaube ich am verlieren Total What the fuck ist das denn? Hallo, ich hätte gern meinen nächsten Ball Hallo? Hallo? Ich bin ja da nicht wirklich im Weg mit meiner Cam Weil da unten ist ja eigentlich nix Hoffe ich zumindest Hallo? Muss ich nochmal neu machen Geht nix Doch, jetzt geht Vier, schon wieder Zack 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 Alter What the fuck Sechs Oh Acht Ganz nach Oh Ganz nach hinten Ah ja, ich möchte nach hinten werfen, Mensch Ah, Mann Ja, ja, ja Wo gehst denn du jetzt hin? Was brauchen wir denn noch? Ja, eigentlich so gut wie alles Ja, durch die rotierenden Teile ist es Und wieder vor Und wieder zurück Spiel mal Volleyball Und Durch B Oh, oh Et Jungs, das bringt uns gar nichts Wir sind zu null Eins Dollar Okay Ach, nee Ja, komm, gehen die zwei Verdammt nochmal Unser letzter Wurf Fünf Nee Ja, 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 ja Neun 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 Wir haben trotzdem gewonnen Gut, wir haben gewonnen Ja Geil, Mann Ultimate Area Fight Ach du Ich hab Angst Mach mal mal Ach du Moment, Moment Vor Zurück Was macht der da Okay Oh, lol Moment, wat? Verdammt Wir machen erstmal Part 2, Part 1 Gibt's ja anscheinend nicht mehr Okay Jawohl, easy Wir haben keine Hände mehr Wir haben keine Hände mehr Weg da Alter Das kam unerwartet Verdammt Verdammt Wie viel Blut von da oben kommt Los geht's Ich will losfahren Ja, ganz easy Oh Der arme Verdammt Der arme Wow Zack Oh Das sieht Nicht gesund aus Verdammt Nochmal Hör auf das zu sagen, Mann Das regt mich auf Ja Ja Hallo Ah, Happy Builds Ein geiles Spiel Wenn man's kann Moment Wenn man da hinten Nochmal so'n Überschlag machen Verdammt Ja, das war Ah, ganz easy Nein, 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 nein Lass mich in Ruhe Aus dem Weg Wat mach Hey Opi Hallo, Opi Lass mich in Ruhe Aber, okay Nein, 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 nein Die Also wenn ihr das Spiel öfter sehen wollt, ja, dann schreibt es mal doch unten in die Kommentare Da sieht nicht nur auf Ohiioi spielt und ohne maus meine natürlich ja ganz easy ausgewichen vollidiot ja da kommen ja ja sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön alter der geht es glaube ich nicht mehr so gut an was der zu immer gesp... oh oh die Omi ich will mal weiterkommen wie die Omi ja dann können wir oben mit Part 3 machen aber ich will mal weiterkommen... warum ist das so pixellig das Blut? ja ganz easy ganz easy gemeistert was ja immer der davor hat lol hallo komm schon Omi ja ist ja schön ja hallo hallo fahren sie oh 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 oh'll alter alter Ich hoffe, du hast dir... Wie dumm kann man eigentlich sein? Einmal wollen wir es noch. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Einmal noch. Ja, easy, easy. Ganz easy. Noch easy. Ganz easy. Weg da. Ox-geil. Lol. Boah. Dammit. Wenn das nicht immer so lange brauchen würde. Ernsthaft, Tets. Wir haben den trotzdem ausgetrickst. Oh, Mann. Ja, nee. Ja, komm, wir gehen mal hier oben lang. Okay. Das ist natürlich... Meister... Ach, der war noch gar nicht tot. Ich dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Oh. Hey, das Spiel ist so geil. Das Spiel ist so mega geil. Was ist denn? Jawoll. Jawoll. Hallo? Du bist tot? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. weichen muss ich glaube vorderrad hochziehen so du musst dich so fahren moment 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 jawoll ich will diese steuerung ich habe gerade noch gedacht man müssen schnell unterwegs ja kommen wir geben ich gebe mir noch drei versuche ok jetzt drei versuche drei versuche hallo 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 dieses ding ist ja eiskalt so ganz easy sehr schön ja 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 ok jetzt wird es schlimm weil jetzt weiß ich nicht was alter dieses bein alter hallo hallo dieses bein was da vorne drin klemmt was ja 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 haben überlebt haben überlebt nein du lebst noch oder ja ok jetzt nicht mehr ok zwei versuche noch ja verdammt ja 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 moment Oh nein, wir haben einen Arm verloren. Die fette Qualle hier, die soll mal weggehen. Hallo, wie komme ich denn jetzt hier drüber? Ich komme über die fette Qualle nicht drüber. Okay, gut. Ach verdammt, jetzt habe ich wieder Escape gedrückt. Oh shit. Ja, okay. Autoflip. Sword throw. Das ist sehr, sehr geil. Wenn du all die Raid 5 killst. Oh. Ja, 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 ja. Sehr schön. Ja, ja. Nein. Doch. Ja, sehr schön. Verdammt. Mama, ist denn dahinten? Oh, wir haben zwei. Okay, Moment. Okay, 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 okay. Passt auf. Ich war so gut. Also, ist denn dahinten? Oh. Ist denn dahinten? Ja. Ganz easy. Ja. Dann machen wir den da oben. Ich muss mich verarschen. Warum haben wir jetzt den zwei... Ah. Ja. Okay. Wir haben jetzt noch... Ich habe ein Schwert. Okay, wir versuchen mal den da hinten, den da oben zu treffen. Nein. Warum? Streck deine Arme aus. Ja. Fast haben wir den noch erwis... erwischt. Baut dann den da. Ey, was soll das denn? Hallo? Ich habe mich selber... Was ist denn da oben? Lol. Hallo? An was hebst du dich da fest? Dann der da? Oh. Ja, dann die. Dann... Ach, der ist schon. Okay. Okay. Ganz easy. Machen wir das jetzt? Ah. Pfff. Opi. Ah. Ja. 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 Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt da nicht hin komme. Ja. 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 Ja, 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 jetzt nach unten greifen. Komm schon. Ich muss das hier ein bisschen nach vorne... Ja, jetzt maul nicht rum. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nein, maul. Ah, hau, hau, hau. Wie viele haben wir denn schon? 22 Minuten? Ja, einmal probier's noch. Oh, nein. Ah, halt, halt, halt. Ey, OP, ich soll sie nicht selber in die Schulter fassen. Wow. So, OP, das ist für dich. Sehr schön. Hör mal. Ja, gut. Sehr schön. Äh, ist das Kind da? Und dann... Okay. Nein, warum? Ja. Okay, wir haben jetzt vier Schwerter für den da oben. Okay, wir haben drei Schwerter. Wir haben... Flieg runter. Hallo, 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 hallo. Das Spiel stinkt nach Scheiße. Oh, jetzt hab ich schon wieder Escape gedrückt. Das Spiel stinkt nach Scheiße. Ganz ehrlich. Naked Girls Glitch. Hm. Wow. Oh, mein Gott. Ich hab schon wieder Escape gedrückt. Rope Swing. Machen wir mal ein Rope Swing. Okay, ich muss mir irgendwie loslassen. Oh, oh. Oh. Okay. Wie lass ich mich denn los? Hallo? Y? Okay. Hab's, hab's, hab's. Ja, ja. Was? Muss ich da unten hin? Oder wo muss ich hin? C. Oh, verdammt. Hallo? C. Y? Ah, Y. Oh. Was machst denn du? Der bleibt da hängen? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zack. Sehr schön. Wo muss ich denn hin? Okay, da muss ich hin. Oh, 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 oh. Kopf über. Warte. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mit keinem Arm, mit keinem Arm haben wir es geschafft. Aber jetzt, wo geht's denn da oben hin? Da oben geht's ja noch irgendwo lang, oder? Nee. Also, glaub ich zumindest nicht. Warum sieht man mich nicht? Achso, weil das so dunkles Moment. Professionelles Video, ja. Diese Gedanken, wenn du aufgeschlitzt wirst. Ich hab schon wieder Escape gedrückt. Ich muss mir das abgewöhnen. Bottle Flip. Impossible. Okay, wir haben noch ein Impossible Level. Oh, je. Okay. Ah, what? Ah, okay, du musst die austricksen. Okay. So. Verdammt. Verdammt nochmal. Aber ihr könnt ja was... Ihr könnt ja gerne was zur Grafik sagen, weil mich interessiert es immer, wie das denn so... Verdammt nochmal. Weil, wie gesagt, ich... Bei Transportview ist es ja so, das spiele ich auf meinem Zeitbildschirm, aber das nehme ich jetzt ja auf meinem Hauptbildschirm. 999% impossible, ja. Wir haben es geschafft. Ähm, weil ihr könnt ja mal sagen, wie die Grafik so ist. Und, ähm... Ja, weil ich muss das ja herunterskalieren. So, was muss man denn hier machen? So. Okay. Hä? Das ist klar. Ja, 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 ja. Ey, wir sind hier... Happy Wheels Champion. Was gibt's denn hier noch? Blue Bottle Run. Mal probieren. Dammit. Ne? Dammit. Ich hab kein Boost? Oh, wow. Raid 5 zu aktivieren. Wow. Jet Bottle und... Ach du Scheiße. Jet Run. Was ist denn? Jet Run? Okay. Okay, das leckt jetzt extrem, weil da wahrscheinlich zu viel ist. Bottle Run. Los geht's. Ah, ja, easy. Machen wir mal das andere noch. Harpoon. Ach, da möchte ich mal runter. Oh, 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 oh. So, jetzt ist der oben noch. Moment, so. Gas geben. Oh, 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 oh. Aua. Okay, das leckt extrem. Boah, das muss ja jedes Mal da hoch. Ist der Scheiße. Okay, okay, konzentrieren. Ja, sehr gut konzentriert. Wie kann ich denn, kann ich Jimmy irgendwie abwerfen? Okay. Jimmy! Verdammt. Jetzt haben wir denn 31. Ja, probieren wir mal. Dammt nochmal, warum geht denn das nicht? Ist doch nicht viel anders wie Bottle Run. Ja, 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 ja. Ist mir egal. Puh, okay. Dann war ja hier noch so ein Bottle Flip, was auch immer dat ist. Oh je, das ist aber sehr unscharf, also das ist selbst bei mir unscharf und das leckt extrem. Was ist denn dat? Kill him. Can you flip the bottles? Ja, wohin denn? What? What the f... What the... What the... What the... What the... Gut. Gold, auf dem komme ich nicht hin, oder was? Oh. Kill him. Wie denn? Hä? Amazing, die steht sogar, sehr geil Ja gut, ist auch okay Dann versuchen wir nochmal, der ist auch bei Du landest mir jetzt nicht bei Ja, easy. Okay. Alles klar. Katapult, man! Okay, what the shit. Äh... ... Oh, das tat weh. Okay, nochmal. Einmal noch. Da kommt das Antrim ein, ja, also, ein kleiner Einblick von mir bei den Happy Wheels, wie gesagt, wenn ihr, äh, wenn ihr das lustig fandet, dann zeigt mir das auch mit einem Daumen nach oben da, oder schreibt einen Kommentar, falls ihr Vorschläge habt, was wir sonst noch spielen könnten, falls ihr das öfter sehen wollt, dann schreibt es auch unten rein, äh, ich bedanke mich recht herzlich für 500.000 Aufrufe, die 1500 Abonnenten stehen auch kurz bevor, da habe ich ja dann gestern im Livestream schon gesagt, dass wir da höchstwahrscheinlich einen 24-Stunden-Stream wieder machen werden, und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, und bis dahin, ciao, ciao.